Hallo und herzlich willkommen bei Let's Play Together oder auch alleine, ich weiß nicht, vielleicht bin ich alleine, vielleicht auch nicht, warum weiß ich nicht? Du bist alleine. Da ist was. Was spielen wir? Du da hinten, was spielen wir? Wir spielen HitBeastLicht mit dem Christian und mit dem. Bitte? Ich bin nicht da. Bitte Kai. Nein, nein, ich bin nicht da. Hey! Maler Kasse. Äh, ja. Hallo. Hallo, hallo, hallo. Was soll ich eigentlich jetzt machen? Du wolltest meine Möhren kauen. Oh ja. Los, kauen meine Möhren. Ich hab doch nix getan. Bitte bestraf mich nicht. Oh ja, komm her. Sagst du nach Hause kaum meine Möhren, los. Das sagst nur du. Ich wollte es jetzt eigentlich nicht machen, aber ich muss das machen, sonst legt mich der Christian. Hä? Los. Block dich doch nie. Boom! Hä? Du hast kaputt gemacht! Boah. Was denn? Du? Ah, okay. Äh. Hä? Wie machst du das nochmal? Ich weiß nicht, was du willst. Du, was willst du? Meißel? Weil! Sag mir, wie ein Meißel geht. Sagen wir, wie man... Keine Ahnung, was kannst du mir sagen? Eigentlich nix. Wie, deine Mutter? Aha, nein, okay. Sag mal, wie macht man so einen dummen Meißel? Ja, warum? Weißt du, diese, 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 ähm... Ich glaub, wir haben sogar noch einen. Ja, wo ist der Mann? Wo ist der Mann? Guck doch mal nach. Wir haben hier Kisten. Da sind auch noch welche. Das sind noch die Chiseledinger. Zwei Stück sind da. Da ist noch größ einer, ne? Und wenn nicht, kannst du da noch... ...fünf jetzt sich herstellen. Wie so viele? Wie? Ich verstehe den Mann nicht. Hm? Hallo. Ich hab jetzt nicht geguckt, ob ich die hier unten noch reinleg. Ne, kann ich nicht. Okay. Der dümmste an unserem Ding da unten ist da, dass da so eine dumme Miene ist. Ganz im Ernst. Der dümmste ist bist du, hab ich gedacht. Übrigens, von den Dingen, die in der Decke sind, haben wir noch ein paar übrig, ne? Von den Säulen hier. Oh, sieht cool aus. Hab ich noch gar nicht gesehen. Was denn? Das Ding hier unten. Oh, ja, ich hab das für ein Schilder hingestellt. Magi. Oh, Magi. Was kommt da noch? Da steht, glaub ich, wirklich Magi. M-E-System. Ja, Magi steht da echt sehr schwer. Ja, da steht nicht Magi, sondern Magi. Magi. Da kommt M-E-System. Ja, ne. Ist das überhaupt gut, dass hier das M-E-System hinkommt? Eben nicht. Was ist los, ey? Ja, die müssen doch, das M-E-System muss doch zu den Maschinen, oder willst du jedes Mal bis da runter rennen? Ja, wo soll's sonst hin? Das muss hier drunter. Ja, drunter. Mhm. Du müsstest hier wieder rein. Komm hier am Eingang. Entweder machst du's so wie bei unserer, ähm, du weißt schon was Welt. Ich weiß gar nicht, was für ne Welt ist. Es ist einfach ne Welt. Ja, so beidseitig gehst du rein oder nicht. Aber wenn du so reingehst, musst du die Höhe nicht verändern, oder? Äh, ne, müsste ich nicht. Ne, du musst die Höhe nicht verändern. Da ist komplett genug Platz. Oh, das war's, dass ich nicht wurscht, ey, was da hinmachen. Was du da hinmachen sollst. Also die Frage, was machst du dir da für ne Magie hin überhaupt? Also es gibt verschiedene Magie. Es gibt nur ein wahres Magie. Ja, nur ein wahres Magie, aber... Ja, die andere Magie kommt in den Turm, oder? Ja, zumindest Sinning hat die in den Türme zu tun, die andere Magie. Die sind ja auch schön groß und dafür geeignet. Ja, klar, aber welche Magies gibt es da sonst noch? Es gibt doch nur Soundcraft und... Äh, Braustände und Bücher. Bücher haben wir doch schon. Die zauberte Schatz haben wir doch auch schön gemacht. Stimmt. Dann gibt's hier noch sowas wie Braustände mehr, nicht? Braustand halt. Sonst wüsste ich nix mehr im Großen und Ganzen. Ah, uh, wofür das eigentlich gedacht war, Chris. Was gedacht war? Ähm, die Schmiede. Die richtige. Große, die kommt doch hier in die Mitte. Uh. Hier, wo ich bin. Uh, 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 uh. Du musst sogar passen vom Platz her. Die passt... Perfekt sogar. Ja, guck, deswegen, Mann. Aua, aua. Bam. Keine Ahnung wo. Also, da kommt ja das ME-System hin. Ne, wenn, dann machst du so'n großen Gang. Ja. Zwei ist scheiße aus. Hallo, hallo, Mina. Oh, guck mal, ich hab hier voll Stonefix verschwendet. Guck mal hier. Ja, auf und wie. Halt so'n Verschwender. Äh, auf die eine Seite kommt, äh, unsere... Äh, MJ-Energie. Also hier würde ich MJ-Energie machen oder so. Die Minecraft Jewel. Und gegenüber können wir ne Raffinerie machen. Und du weißt, wie ich da draufkomme, oder? In die Türme. Auch Soundcraft, ja, okay. Ja. Hätte ich gesagt, weil dann können wir später... Du kennst doch dieses Ding, was den Kern anzieht. Das können wir dann später auf den Turm bauen. Das, was wir damals im Haus stehen hatten. Okay. Guck mal, guck mal, so hab ich das gekennzeichnet. Schwarz wird gelb. Schwarz wird gelb. Oh ja. Ich hab mich verlesen, ne, weil ich weiß, was ich am Anfang gelesen hab. Was hast du gelesen? Schwarz wird gelb. Wetten? Ach, stimmt. Wildsau, hallo. Wildsau? Ja. Ich bin eine Wildsau. Aber magst du überhaupt Wildsau? Ich mag keine Wildsau. Es gibt ja in manchen Restaurants kannst du ja ein Wildschwein essen. Wildsau. Hast du das schon mal gegessen? Nee. Da noch nicht. Das ist Verschwendung. Aha. Aha, ich... Ich spanne jetzt. Oh ja, okay. Guck hier, da kannst du das hier reinbauen. Oh, jetzt zieh dich doch aus, Mann. Okay, das war zu viel, oder? Ja. Ich hab dich eigentlich geschlagen. Hier, BAM. Aua. Ja. Hat geleckt. Du hast geleckt. Nein. Doch. Nein. Doch, 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 doch. Müssen wir das jetzt schon wieder durchkauen? Was denn? Mit dem Nein und Doch. Hä? Wieso, dann haben wir das jemals durchgekaut. Aha, gekaut, ja. Oh, oh, okay. Das haben wir schon mal im Let's Play gemacht, wo du die ganze Zeit geschrien hast. Doch und ich, nein. Genau so. Doch, nein. Doch, nein. Doch, nein. Chris, Abkürzung. Doch. Ach, nee, ich muss sagen. Nein. Doch. Du bist scheiße. So, fertig sind wir. Äh, wie mach ich diese, diese, diese Meißel? Kannst du mir das mal zeigen, Mann? Ähm, du gehst auf den Table hier, auf den hier. Ach, nee, du hast die noch nicht mitgenommen, oder? Doch, doch. Doch, hast du. Ähm, und der steht schon, dann, nee, du musst den unten auf den Meißel klicken, und dann legst du oben bis rein, unten die Rotz, und dann kannst du da die Meißel herstellen. Boah, ja, Sägegeräusche, ja. Geil! Da hab ich ein paar auf Vorrat gemacht. Ja, ich hab ein paar auf Vorrat gemacht. Da Stein, die es viel kostet, hab ich es einfach Stein genommen. Außerdem können wir noch nichts anderes machen. Guck mal, die großen Türme da hinten. Hm. Ich hab, ich hab jetzt mal gesagt, ich will mir mal das Haus genauer angucken. Ich hab ja, ich hab ja mal kurz gespickelt an den Folgen, wie es ungefähr aussah, aber wir gehen jetzt schlafen, Chris. Nein! Sofort! Nein. Eins, das muss ich jetzt leider schnell hier in der Folge machen, ne? Und zwar, Waypoints, an, 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 aus, 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 aus. Die hab ich immer hier mit so'n S2 markiert, dass das, dass das ne andere Welt ist, für Server 2, aber das läuft halt über den Chris und da muss ich kurz die Waypoints umstellen. Und jetzt stimmen die Waypoints hier wieder. Tut mir leid, tut mir leid, ja, es ist okay, tut mir leid. Wieso? Du bist doch nicht schuld. Kommst du hoch, Gladen? Da! Oh, ich brauch ne Uhr! Komm mir hoch! In meiner anderen Welt hab ich so ne schöne Uhr, da kann ich immer auf die Uhr gucken. Hab ich mir hier noch keine Uhr gemacht? Was? Hab ich hier mir noch keine Uhr gemacht? Weiß ich nicht. Ich bin eh am Haus, dann kann ich eigentlich... Ach komm, scheiß drauf! Haus muss ich auch noch weiter bauen, Bummi! Hier so? Oh, waffen keiner! Oh! Kein, ich komm nicht wieder an! Nein! Off! So. Ich hab mal Cave-Mode off gemacht. So, Opfer! Komm mal! Dann! Wenn, wenn wir in den Cave gehen oder so, kann ich's jederzeit wieder aktivieren, aber wenn ich zu Hause bin, dann seh ich wenigstens die Tag- und Nachtzeit. Weil, wenn ich da unten bin, den Cave-Mod sieht scheiße aus. Jump, 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 jump! Oder? Das ist ein Jetpack, das ist ein Flieger. Ey, das war... Ich weiß nicht, ob ihr das so gut gehört habt, aber folgendes hab ich gehört, und zwar... Ein Portal, ich muss mal hier weggehen. Und zwar, bei mir kam eben folgendes an. Das ist doch groß, oder? Da? Und dann... Muuuuh! Hehehehe! Wargraf! Muuuuh! Chris, stellst du ne Frage und die Kuh macht dann einfach... Muuuuh! Echt groß unter Haus, ey! Boah, warum baust du immer nur für große Häuser? Muuuuh! Muuuuh! Wir sind doch nie fertig mit denen, ey! Doch in Folge 2! Ich hol mir grad dieses Weiße! Baumwolle! Ich schätze mal, dass es ist Baumwolle! Oder wie heißt das hier, Cotton? Ich glaub, dass es ist Baumwolle! Wo war denn Flax eigentlich in welchem Mod? Red Power! Sicher? Ich mein irgendwie nicht, aber woanders könnte ich's mir nicht vorstellen! Vielleicht wird's auch nur rausgenommen oder so irgendwie, ich weiß es doch nicht! Ich bin verwirrt! Oh, das war IC2, aber ich meine nicht! Oder einfach dieses Cotton ist einfach der Ersatz für Flax oder so! Keine Ahnung! Aber ich find... Dieses Cotton... Der Cotton! Der Cotton find ich nicht so geil, ne? Ja! Gut, da hast du halt... Bei Flax hast du, wenn du da keine Ahnung, so ein halbes Feld mit angebaut hast, hast du... Bringst zum Kacken, Alter! Mh, ja, da kannst du wirklich mitwerfen! So, was wollte ich jetzt machen, Chris? Äh, die ne Uhr bauen! Ne Uhr... Pfff... Brauch ich die? Brummi! Er sagst du, boah, ich hab ne Uhr! Boah, ich brauch ne Uhr und jetzt so... Ja, aber ich hab... ich hab jetzt den Cave-Mode, äh, ausgeschaltet, dann brauch ich keine Uhr mehr! Cave-Mode hab es ausgemacht! Ich bin hier auf Flisble an der Uhr! Flisble, aber gerne! Also... Hau ab, man! Ähm, was wollte ich denn jetzt noch machen, Chris? Weiß ich nicht... Ich hab keine Ahnung, wo ich hier grade bin! Wer bist du denn? In Amerika! Oh! Die Freiheitsstatue! Oh! Ohne Spaß, was fällt dir direkt, wenn du Amerika hörst? Zehn! Neun! Acht! Sieben! Zehn! Zehn! Fünf! Vier! Drei! Zwei! Eins! Okay, ich weiß jetzt was ich machen! Okay. Die wurden vorgegangen! Hier, Ruhe! Wir waren alle sterben! Schon zu spät, ihr seid ja schon alle tot. Oh, scheiße. Ähm... Äh... Bisschen Redstone noch mitnehmen. Bisschen Lapis noch mitnehmen. Bisschen... Wolltest du nicht Glowstone holen? Hab ich das jemals gesagt? Ja. Hab ich das gesagt? Ja. Hab ich das gesagt? Ja. Krieg mir meine Wörter ja nicht um, ja? Mach ich nicht. Hab ich bestimmt nicht gesagt, Glück macht. Doch, hast du. Nein. Doch, hast du. Ich hab aber gerade keine Zeit. Mh, mir egal. Egal, meh, 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 meh. Der Kai... Bei Kai muss alles, wenn, wenn ich sag... Dann kriegst du halt nicht das, was ich mir mach grad, he? Pech! Und was machst du dir, Mann? Weißt du nicht. Ich will's wissen. So... 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 Hallo, Kai. Antworte mir jetzt. Warum wollte ich dir antworten? Ich rede laut genug. Und werd ich bockig. Nein. Dann wirst du bockig. Ich werd... Ich werd bockig. Ich... Nee, das ist mir... Das ist mir jetzt sowas von egal. Schwäschlich, Mann. Nee, bereich jetzt. Du darfst jetzt nie wieder in irgendwelchen Pfützen rumspringen. Nee, du hast die... Du hast die Grenze eindeutig überpinkelt. Überpinkelt? Das überpinkelt, du! Besau, du! Ja! 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 Mhm! Mhm! Ich weiß nicht, warum. Ich... Ich muss mir grad irgendwie so... 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 So ne Frau vorstellen. Wie aus so nem Film, wo... 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 Wo die dann so den... Den Finger hoch zeigt und so rechts-links-matten macht. Mhm. Irgendwie so. Achja. Achja. Die Folge ist vorbei. Und dann würd ich sagen... Äh... Bewerten bitte nicht vergessen. Und tschuss. Bis zur nächsten Folge. Ja. Ja!